so dann gehen wir doch hier weiter gucken wir uns das an wir sind hier oben sieht ist das auch ein parkplatz weil es ganz blau ist es ist einfach nur eine farbe um das zu unterscheiden wir sind ja ziemlich schnell können wir hier da ist eine maus genau unbedingt aussteigen squeak 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 ja rate mal wenn ich immer ein cookie esse und darauf beiße werden meine backen ganz groß und jubi es ist so schön wenn ich das mache meine mutter sie ist schon wieder am lächeln heute sie lacht immer wenn wir alle zusammen sind ich werde sofort nach hause gehen so nummer zwei sehr gut zwei haben wir alle weg macht einfach spaß hier rum zu mähen hier ist der gab es schock der geht hier die u item geil sehr schön ich will natürlich alles brown color ja unbedingt unbedingt wer hat das braune color das gebe ich natürlich der dann gehen wir zum ergriffen und gehen zu waffen kann er nicht mehr haben aber alles was uns hilft hier ich nehme mal an hier können wir sachen kaufen also hoffe ich doch zumindest da ist hier wieder eine recharge station für den roboter charge welcome to the parking area willkommen zum parken und ja hier ist eine frosch der auch parkt wir wir safen hier auch gerade man weiß nie was kommt die sind überall natürlich will ich das das ist auch geil hier ist wieder eine maschine und hier könnte doch auch noch eine maus sein würde ich mal raten wir haben zwei fliegel ist hier ist ein café das ziemlich grimy aussieht was steht denn hier gab es stammt wahrscheinlich steht hier noch mal hier habe es stammt es sieht so verdächtig aus aber ist garbage stammt und wir drinnen mit ich habe gehört dass hier ein runjob in der nähe ist und das immer eine riesen schlange davor hat das ist wenigstens das gerücht das ich gehört habe und das muss doch diese diese schlange sein nee das ist für die toilette auch eine kugel macht ihr ich wünschte mir dass die äh schlange endlich weiter muuufen würde sorry ich bin schon so lange im warten dass ich schon ganz aufgeregt dass ich schon bald dran komme ich finde das so doof ah diese schlange ist so lang das warten bringt mich um ja und wer ist denn das hier und verstopfen ich versuch zu lesen macht weniger lärm oder und was verkauft der mir hier willkommen ich habe so nie ist ich habe essen ich habe sachen wollte er was ja wollen wir vielleicht ja die der scheiße ja nicht das geile sachen kaufen können torres bracelet war mal torres bracelet brauche ich wir brauchen scheiße 3000 wir brauchen unbedingt das haben wir nicht aber vielleicht können wir etwas verkaufen der bohr hat doch das sein yes super wir können auch das zeug wieder verkaufen und können uns das dann später vielleicht leisten aber warte mal warte mal warte mal ich vielleicht mache ich es auch nicht die hat nichts gescheites nö park of pork chips sie gilt er gibt auch nur 300 eyedrops super bomb luxus banane pencil rocket das hat der tag der was gutes zu verkaufen das uns ein bisserl geld ich glaube ich könnte denn dies hier bringen kommen brauchen wir die noch vielleicht bereue ich das pamphlet behalte ich noch wir haben viele secret herbs dann handy jojo das hilft nur dem dem lieben das da souvenir dress wäre natürlich für die sadie torres bracelet könnte man zweimal kaufen kaffe ich doch immerhin das jojo und ich glaube ich mache dann auch noch was dann verkaufe ich doch die bomben genau ich verkaufe das wo die auch immer sind jetzt die hat ja super bombe super bombe und ich glaube der bohr hat die den new ears ich habe ja eine bekommen genau so ich muss das gerade souvenir dress kaufe ich unbedingt hier ja ich muss die zuerst sadie geben damit ich dank so wenn ihr dress genau das muss ich sie die geben dann gehe ich hier zu sadie und body geht doch recht nach oben dann ist sie wenigstens besser geschützt so jetzt müssen wir aber noch mehr einkaufen sell und nämlich von sadie das magic pendant wollen wir weg haben so kaufen egal für den das da souvenir dress haben wir torres bracelet müsste ich was noch zweimal haben bei torres bracelet yes 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 jetzt bräuchte ich noch mal 1200 komm wir verkaufen noch mal was oder warte ich gehe zum also wir sind schon fast super ausgerüstet hier wir gehen zum item guy hat er noch was haben wir dem was gegeben kommen withdraw egal sadie ja gut das gibt komm wir nehmen das ja wir sind eine inspiration für ihn das ist ja schön aber ich will hier die besten sachen so so floh pulver paper fan sadie gut das hilft uns nicht so viel können wir noch schnell äh vielleicht haben wir gerade genug 1200 oder nee wir haben nichts mehr ich kann aber die super bombe verkaufen und kaufe mir ich kaufe mir alles ich bin sehr verschwenderisch wahrscheinlich aber egal wer hat die super bombe äh die hat äh bow die können wir uns dann zurückkaufen wenn wir ein bisschen gekämpft haben jetzt kaufe ich mir für ich glaube das war für sadie ein torus bracelet genau yeah yep machen wir sehr gut sehr gut also wir haben das meiste oh viele leute sind hier ja für heute wie sind wir die bouncers in diesem laden ha 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 oh willkommen äh äh macht es euch gemütlich ah die musik ist geil fucking hell was ist denn hier los man äh ich könnte mich wirklich daran gewöhnen an diesen wunderbaren ort mit seinem einzigartigen fürchterlichen ähm feeling zu gewöhnen in fact ich hab sogar lieber als klub titibu na scheiße was ist der quatsch da oh kaugumme ist so groß an dich denkst du nicht auch ich kann es den ganzen Tag kauen und ich werde nie es wird nie ausgehen das ist so ne unglaublicher deal in irgendeiner Art ist es unendlich ha 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 what the fuck hey man ich kenne die Wahrheit ich weiß dass du nicht wirklich der Commander bist du bist ein Imposter aber äh mach dir keine Sorgen ich werde es niemandem erzählen das wäre sowieso viel zu mühsam warum weiß der das es ist extrem schmutzig aber es ist ne jukebox es ist ne jukebox aber sie ist dreckig sie ist da äh mit Zigarettenstummeln äh Zigaretten und alten Ketchup verschmutzt bist du ein Diebe ja unbedingt es sind alte Anjubis und alle anderen Sachen sind in auf der auf der Disc drauf es hat aber trotzdem hat es angefangen zu drehen ah geil ok was hat der wir brauchen keine Bouncers und der ist einfach am Boden äh einer der neuen Bouncers hat mich überfallen aber es muss doch irgendwer ein Missverständnis geben Musik tönt einigermaßen gut muss ich sagen ah ich geh zu ihr ah bitte komm nicht nach hinten aber ihr werdet nur die alten ähm Spuren vom von vom äh vom wie sagt man das auf Deutsch äh von Mold ist ja Schimmel aufwecken also die Musik ist natürlich viel besser kann ich aber mit dir was reden es sieht so aus als wäre das äh eine Bestellkarte eine Speisekarte aber du kannst nicht mal lesen was drauf steht ok wir haben uns hier irgendwie aber wir speichern das Ganze nochmal hey da muss doch noch eine Maus sein wir haben erst zwei Mäuse erst zwei Mäuse haben wir wo ist die dritte und bis zu sieben Mäuse sind da irgendwo versteckt zu Fuß will ich jetzt hier nicht entlang genau aber da muss doch noch eine weitere Maus versteckt sein kann ich eigentlich gar nicht hier hinten doch kann ich aber es nützt mich mir jetzt gar nichts ich will unbedingt alle Mäuse suchen der Itemgeist hier tja dann will ich doch mal sagen soll ich zuerst die Mäuse suchen nö ich glaub ich geh äh ne 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 ich muss zum Garbage Truck gehen hier ist doch sicher eine Maus aber ja genau ich wusste es ich wusste es das ist die dritte dann die dritte im Bunde squeak squeak hä ok ich geh jetzt sofort nach Hause aber übrigens aber ich bin mir sicher dass keiner von meinen Brüdern nach diesem Tunnel ist ok drei wir haben noch vier dann heißt es natürlich dass ich vielleicht doch noch zuerst alle Mäuse äh gucken möchte also ich nehm nicht an dass da uh what the fuck hey du das ist mein Geschenk nimm deine dreckenden händige weg wer bist du denn oh da ist nochmal einer ich bin Leo Leo ich bin ein wirklich krasser Racker ich habe all diese Geschenke hier gekauft weil Mädchen versuchen mich immer zu verführen alle von diesen einzelnen Geschenken sind bei einem anderen Mädchen natürlich und all diese Geschenke gehören mir du kannst keine haben oh shitty kann ich ihn nicht bekämpfen aber hier ist die Maus ah du hast mich gefunden ich war so stolz darauf dass ich noch nie ein Spiel von von einem Einplayer Hide and Go Seek verloren habe ha meine Mutter ruft nach mir oh dann gehe ich sofort nach Hause bye bye vier vier habe ich okay die kann ich effektiv nicht haben feilscheiße also weißt du was ich fick den einfach äh ist er nach freeze ja 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 fucking hell da muss ich sowieso nochmal aufladen ja zum glück da habe ich immerhin noch ein bisschen geld ja muss ich komm geh weg hier geh weg hier geh weg geh einfach weg geh einfach ein bisschen weg hier ich will nicht mit dir kämpfen im moment nur schnell da rein nein das kann doch nicht sein jetzt ist die wieder gespawnt ja kommt weg hier ja das ging schnell genug aber dann will ich doch alle holen alle alle mäuse das wird ja eine kleine rückfahrt hier hier habe ich die mäuse glaube ich hier war ja die mutter maus genau die war hier ah warum kann ich hier nicht durch kann ich hier nicht durch kann ich hier nur hochlaufen muss ich ja ah ja es ist unterbrochen es steht ja sogar dass es unterbrochen ist muss ich hier nach oben gehen ich glaube hier in Zwischenbereichen hier war ja eine maus noch drei muss ich also holen ich denke hier war ich war das hier ja hier war auch eine maus genau aber hier das ganze genau wo ich rauf fliegen konnte nee ich konnte nicht rauf fliegen aber ich konnte rauf fahren ich glaube ich gehe einfach mal zurück und suche nach der restlichen drei mäusen hier in diesem video hier kann ich nicht lang genau hier müsste sicher eine sein oder die müssen auf der anderen seite sein würde hier ah da gab es einen unfall ich habe es mit meinen eigenen augen gesehen es war unheimlich ich hatte solche angst die ganze welt was meine mutter ruf mich die ist sogar noch angsteinflüssiger als die welt wenn sie es so will denn ich gehe sofort nach hause bye also jetzt muss ich noch zwei suchen noch zwei ich nehme mal an die sind auf dieser seite her okay der hat ja den unfall gesehen sind die überhaupt auf dieser seite weil wir kamen ja von da und haben einen unfall gemacht okay jetzt bin ich ganz am ende und ich brauche immer noch zwei irgendwie könnte es sein dass die auch hier sind würde mich erstaunen aber ja ich halte hasse diese alte dumme fabrik hier gibt es nie was zu essen meine mutter ruft mich ich werde sofort zurück bevor sie wirklich böse wird auf mich also ich glaube es fehlt mir noch einer eine eine fehlt wo könnte denn diese die jenigen sein dies wahrscheinlich auf der ganz anderen seite ich nehme an ich muss ja hier nicht gerade ausrutschen du musst hier auf dieser seite sein auf der linken seite vielleicht wahrscheinlich hier und dann muss ich wahrscheinlich zur mutter gehen ich weiß gar nicht mehr was das gibt das ist ja eigentlich zwar nicht notwendig dass ich das gemacht habe hier ist keine maus ist keine nein war nicht aber hier auf dieser seite das war ja eben der anfangstunnel hier vielleicht hier vielleicht keine ahnung ja hier ist die letzte juhu dann reden wir doch mit dem letzten mäuschen squeak 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 danke für dass du dir Zeit genommen haben und das zu lesen wow äh Sachen zu lesen ist so schwer squeak squeak was meine Mutter ruft mich ok ich werde sofort zurück gehen ok dann 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 haben wir alle sieben gefunden und dann werden wir zu muttern gehen ich weiß gar nicht mehr was das uns genau bringt wahrscheinlich nicht extrem viel aber ich habe schon damals als ich zuerst mal durchgespielt habe wollte ich das unbedingt machen es ist nicht hier entlang es ist hier entlang müsste es sein genau shit fuck auch nicht hier sondern ich ich muss nach oben genau Hier war doch die Mama. Irgendwo. Ähm, also. Rennen wir hier mal entlang. Und genau, hier können wir nach oben. Und hier könnte die Mama noch sein. Sie ist noch da. Squeak! Danke, danke, danke. So vielen Dank, vielen Dank. Danke, dass du alle meine Kinder zurückgebracht hast. Mit ihrem schönen Lächeln auf dem Gesicht. Dass du so nett warst. Dann gebe ich dir zwei Sachen als Zeichen meiner Anerkennung. Der erste ist ein Kuss. Und das andere, das andere, ein Shield Snatcher. Du hast ja was Warmes in deinem Herzen. Ein Shield Snatcher. Jetzt, dass, wie es der Name sagt, snatched der die Schilder. So, ähm, wo ist der Porky? Nein, 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 natürlich. Nein, nein, natürlich nicht. Ah, shit. Ja, kick einfach auf irgendjemanden. Oh, hat nur ein Stab gemacht. Das ist ja super. Uh, sehr schön. Nein, nein, bitte nicht auf Sadie. Da ist zum Glück zurück. Weg. Ja, ja, bitte. Exploded, ja genau. Das heißt, er ist fertig. Schneller, 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 genau. Sehr schön. Sehr schön. Wir gehen jetzt zum... Zum, endlich, zum Ende, dieses, ähm, dieses Dumpster, wo der Dumpster ist. Und wir müssen uns unbedingt insta... Ja, wir müssen hier entlang, genau. Über die Brücke, deswegen ist es blau, genau. Wir sind auf der Zielgeraden hier. Hier könnten wir Sachen kaufen. Aber ich glaube... Ja, vielleicht haben wir ja noch ein bisschen Geld. Das mache ich jetzt noch. Also zuerst mal natürlich save ich das Ganze. Und wir revitalisieren uns. Eigentlich bin ich blöd. Warum habe ich nicht zuerst das Geld abgehoben? Vielleicht können wir ja noch ein paar, ähm, Dinge kaufen. Ein paar Bomben. Yep. Äh, DP-Stuff. Ah, so viel haben wir nicht. Ma, aber ich nehme es doch... Also, Jack ist immer eher der sparsamere Typ. Und ich bin der, das, der... Oh, nee, nee, shit. Ich habe falsch gedrückt. Fuck you. So, dann kaufe ich nämlich hier. Bye. Äh. Ah, nee. Ich habe hier das Zeug verkauft. Hey, kann ich nochmal ein Handy kaufen? Ja, ich kann nochmal eins kaufen. Unbedingt. Äh. Nö, weil ich jetzt nicht mehr gerade weiß. Ich bin auf das da. Okay, sehr gut. Dann mache ich das doch noch schnell. Nee, 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 nee. Das ist schon richtig. Ähm. Gibt. Sehr gut. Hm, dann speichere ich hier nochmal. Und ich denke, das war nochmal ein Video. Und wir sehen uns wieder. Wenn es heißt, Busterflex und Dishable 82 spielen Mother Dry. Also, viel Spaß und bis bald. Bis bald.